Vielen Dank dafür, dass ihr von der Woche unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns wird auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut werdet, in der unten den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreibe ich euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab, schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht könnt ihr uns auch mal in der Folge, schreibt uns ihr Zeugnisteil. Wir beten auch, dass alle unsere Videos einen sehen möchten für jeden Tag. Von der Woche ist der 24. Dezember 2022. Schauen wir mal, wie wir hier abgeworfen sind von der Woche, abgestoßen. Schauen wir mal, wie ihr mögt ihr da oben? Schauen wir mal, wie viel Schnee wir hier haben. Das ist zum Staunen. Wir haben noch niemals Eier so viel Schnee gehabt und so kalt gewaast hier. In der Zeit, was ich hier in Kanada gewohnt habe. Weit ihr was? Dort ist 29 Grad und 0. Alle Gäse hier in Stratus sind alle Tau. Jeder Gas ist Tau, die ganze Stadt ist Tau. Alle Hochwege, alle Wege, das sind alle Tau. Keiner kann vor. 29 und 0. Wir schauen uns mal an, wie viel Schnee hier ist. Wir sehen uns nach Hause, von Gütte, ganz bebacken. Bloß von dem Wind und dem Schnee wird das hierher gehocht. Das ist Weihnachten hier in Kanada. Das ist ganz grünlich, sehr kalt. So haben wir hier, wenn nicht in Ontario es so kalt ist. Wir sehen uns die Bäume hier ganz schäufchen. Von den Samariern. Weihnachten Samariern. Weil ich nicht hier von Stratford, Ontario. Wiese, wo Kanada eingefroren ist. Eine von den Rats der Winterstorms, was wir jemals geholt haben. Und ich gewohnt, der Wind hier hier bei 100 Kilometer gestimmt. Stattet ihr dort mal fair. In der Provinz von Ontario. Dort hat hier sehr ganz grünlich sein Erkollkorn sein. Und so windig. Das ist ans Hüß von Fähren. Kiekt ihr dort mal an, wie dort verbarkt das Allertöp. So wenn die in Paraguay sind, in Bolivien. Wir kiekt ihr mal, was wir hier da nicht gehen müssen. Der ganze Gass. Der ist hier Allertöp. Die Menschen, die dann ihre... ihre Korte. die Rutschaffel hier Allertöp. Die Schnee ist gleich liegen geblieben. Der ist alle wehe wachgepust. Wenigens haben wir 100 Kilometer der Stunde Wind. Kiekt ihr mal, der ganze Stadt hier. An der ganze Gegend, wo wir hier wohnen. Dort ist alle Wett unten. Die Korte sind alle eingefroren. Das muss die hier sein. Die Korte, die hier unten sind. Die Watt wird gepustet hier. Kiekt ihr wohnen. Wir müssen es nur noch mehr Zeit aufbauen. Wir müssen es nur noch mehr Zeit aufbauen. Wir müssen uns noch mehr Zeit aufbauen. So, die wollten wieder gehen, und jetzt fällt dir jemand sehr kalt. Ich habe mir gesagt, das ist ganz eingefroren. Das werde ich verjüngt. Hier wird die im Kolden gehen, hinter der Wiese, wo wir hier machen, das werde ich in Kanada gehen. Ich habe nichts geklaut, aber das geht gar nicht schlecht. Das ist ganz rein, das ist schön Stoff gemacht. Dass wir hier können, in diesem Land wohnen, in diesem warmen Haus haben, Weißt du, was da wieder 350.000 Hezer, die Hezer sind, die haben keinen Strom nicht. Stell dir mal vor. All die Hezer haben keinen Strom, und das Licht geht weg, und du kannst nichts tun. Du hoogst Berne, und du kannst dich weg. Du wirst meistreich eingefroren, Berne im Haus zu gehen. Aber du wirst auch frischt, die du wirst im Haus zu gehen. Das greift, das wirst du mich abhuggst. So, nun wollte ich hier ein wenig hinge ans Haus rumgehen. Dann werde ich hier ein wenig gewiesen, wovon die Dünne da sind. So, nun kieke mal. Hier werde ich sie hingestoppt. Und hier ist viel Schnee. Das muss ich hier noch her. Alle rutschaffeln noch. Das muss ich alle beschaffeln. So, nun wollte ich nicht mal hingehen können, ans Hauswiese, was er da sitzt. Kieke mal hier, was hier in Dome ist. Kieke da vorne. Kieke mal, das wird der Puste der. Das ist bloß die Schnee warmt. Das ist 1,5 Meter hoch. Kieke mal, der vom Pferd da. Und das sieht. Kieke mal, der. Der ist die bloß. Oh, das ist eine frore, Junges, Junges. Kieke mal. Wo ich mal hingehen kann, dann versuche ich, dass ich die kann durchgehen. Du siehst, hier wird am Beld am Schneebein. Und dann geht man das hier. Der wird von der Pferde wohnen oder das. Ich tue das Fenster im Keller an. Und dann sitzt die bloß noch wohnen. Bloß noch wohnen. Alle Schnee. Wie kann ich mit Kallet-Water-Mörker in andere Länder, wo es nicht Schnee oft. Das muss ich ja alle vorgeschafft haben. Das ist der Nöbers in der Höhe. Die Bäume sind ganz dick befreundet. Die sind hart, dass die Völker ehrgezäune dort, so ganz grün ist er, wenn ich wäre. Das Jühlbläste im Gegenteil. Ich gehe mal ans Später dort. Das ist ans Wintergårde. Das ist ganz angefreundet. Hier sind auch. Hier sind nach Tegjeswot. Hier sind Lennigone. Vielleicht Hose. Die wohnen da unter dem Haus hier. Unter dem Tag. Da sind wilde Hose. Die haben auch ihre Hiesetjes dort. Ich gehe mal. Die Tannenbäume. Die sind alle fein wet eingefroren. Die Spächer. Hier gehe ich mal den Spächer an. Das kann ich Ihnen hier wiesen. An Weihnachten 2022. So, nun wähle ich Ihnen hier von Berne. Von ans Hose. Däuch im Glas. Dort schnau wiesen, wo du ab der Bäume eingefroren hast. So, am Glas sitze ich hier ein bisschen. Das sind ein bisschen vermuggert. Von Bütterkorn. Das sind ein bisschen eingebackt am Glas. Aber das ist doch grünlich sehr schmuck. Schau mal dort schnau, wo du an der Bäume eingebackt hast. An der rechten Korn sitzt ein Apelbäume. Dem habe ich in der Sommer ein bisschen beknipst. So, die Bläder sind ein bisschen her. Oder die Aster. Und nun ist es fein. Oder voll schnau. Fein eingefroren. Bloß, dass ich weiß. Erst kam der Rehn. Wird nautet. Das Rehn dann ab. Und frühe an an die Bläder. An der Aster. Und dann kam der Schneu. Und das weiß ich. Das Schneu ist kein Pulver. Es ist kein Mehl. Und hier kostet ein bisschen seine. Das schneidet nur noch ein bisschen. Wo ich hier unten noch mal wiese. Da unten habe ich den Apelbäume. Entschuldigung. Das ist ein kleiner Bergbäume. Und die Bläder. Wo du mal nennst. Bekrieg dir mal die kleine Bläderchen. Oder die Asterchen. Die sind ganz dick vollgefroren. Und da ist mir sehr grünlich sehr windig. Dass ich euch gesagt habe. Bei 100 Kilometern die Stunde. Da sind die Asterchen alle aufgebrochen. Das ist uns Winter geworden. So. Der hat eine feine Däuch geboren. Das ist kalt. Wenn da ein paar Badstädter stehen. Nicht? Eine feine Witte Däuch geboren. Wir sind bloß ganz grünlich sehr fein. Gott sieht eine Tür. Mal schneide seine. Und an die Bäume. Da fühlt es hin je boe. Da sieht es auch das. Das alle so ganz voll. An je bak. Da. Und das kommt weg los. Nu sieht das fein. Aber wenn ich abdeheuwe. Das alle geries wird. Dann sieht es schnell weg. Mein Schmuck. So steht. Als es am alle Badsten. Das ist doch leicht schneide sein. Wenn das ganz fresh ist. Wenn das eine Witte Däuchte ever ist. Und wenn das ganz fein glöd ist. Das erneut euch ganz grünlich sehr. Und ich hoffe dort sieht auch was gefalle. Hier sieht es einmal an den Appelbäumen. Von ganz dicht bei. Ich habe da so ein bisschen eingezoomt. Hier hocken die Fehl an der Bäume. Auf dieser Aster. Und das ist auch sehr. Die sind ein bisschen glöd. Die Aster. Wenn die Fehl der Bäume hocken. Die kann ich nur knapp vorsheilen. Währends hat es so glöd aus Seib. Und wenn die die Bäume hocken dann. Ich hoffe dort nach wo am Porta heilig rie. Das wird das sein. Das kann ich nicht kennen. So hier sehe ich an den Appelbäumen. Wo unsere Fehlbäume hocken. Däuchweig. Und ganz voll schneide in Eis. So nun habe ich das ferne Fehl hier. Hier die Höhle ich rie. Kiege mir die Höhle dort. Kiege sich boosig alle wei heran. Er ist reiht am Lausfläge. Das hei wird sich ein bisschen etterholen. Ein bisschen knackshut. Kiege mir da dort. Ob das Eis hocken da. Mange all die Aster. So ich könnte ein bisschen nähen zoomen mit meiner Kamera. Und das ist jetzt für die Asterdaule ein bisschen dockerer da. Und wenn ihr heute könnt. Könnt ein bisschen wissen. Das kleine Fehlbäume. Und die kleine Fehlbäume wird immer hier bei uns herkommen. So wir wünschen euch hier von Stratford, Ontario. Eine sehr schmackige Weihnachten. Und ihr seht es. Niedjahr 2020. In 23.